Musik Erkläre ich im Namen vom Kanton Aargau und dem Departement Bild, Kultur und Sport, aber auch im Namen der Interessegemeinschaft Aargauische Sportverbände, IASV, die Hürig-Sport-Gala für eröffnet. Musik Was bringt man den Aargauern, die schon alles haben? Ich dachte, von den Olympischen Winterspielen bringe ich auch den Winter mit. Aber wir hatten gar nicht alle Freude an diesem Geschenk. Musik Ich möchte einfach alles für dich Ich wünsche dir alles für dich Ich wünsche dir dein Liebe und Kindheit Ich wünsche dir dein Leben und ich wünsche dir dein Leben und ich wünsche dir dein Leben und du auch die Ich hatte vor zwei Wochen einen Auftritt in Bern und es sind nur Fussballer im Saal gesessen. Das ist wirklich noch speziell als Comedian. Wenn du nur Fussballer im Saal hast, weisst du einfach nie, lachen sie wirklich oder simulieren sie nur. Aargauer Sportler des Jahres 2017 ist Kathrin Stirnemann. Es ist ein Erfolg, der nicht in meine Hände gelegen ist, weil es durch die Stimme entschieden wurde. Von daher ist es eine grössere Genugtuung. Wie gesagt, es ist eine Ehre, dass die Aargauerinnen und Aargauer für mich gestimmt haben. Bis zum nächsten Mal.